Musik Wie weit ist die Reichweite des Volvo C40 unter idealen Bedingungen? Unter idealen Bedingungen ist die Reichweite des C40 bis zu 444 Kilometer. Musik Was macht den Volvo C40 so besonders nachhaltig? Der Volvo C40 ist besonders nachhaltig, da er nicht nur vollelektrisch ist, sondern hat auch lederfreies Interieur und Teppiche aus recyceltem Kunststoff. Der Volvo C40 und Google. Zwei, die sich verstehen? Ja, unbedingt. Beim neuen C40 haben wir volle Google-Integration mit Apps und Diensten und Navigation mit Echtzeitverkehrsinfos. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie es funktioniert. Hey Google, sagen wir die letzten Nachrichten. Es gibt keine neuen Nachrichten. Musik Wie lange braucht der Volvo C40 zum Laden an einer Schnellladestation? Beim C40 geht das ganz schön schnell. Bis zu 80% in nur 37 Minuten. Ihr persönliches Highlight am neuen Volvo C40? Mein persönliches Highlight am neuen C40 ist das lautlose Gleiten durch die Straßen bei einer Beschleunigung von 4,7 Sekunden und das in einem der vermutlich sichersten Autos der Welt. Musik